hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paraderos viel spaß dabei ok eins wird hier wahrscheinlich noch hingehen dann wird das aber auch knapp kann ich nicht mal raus aus dem lager ganz schnell was ist denn los komm mal raus aus dem lager bei der türe raus und wenn du draußen bist rennen er kriegt den kopfschuss von mir dann ist gut hauptsache der will was von mir trotzdem kopfschuss von mir kommt dann vielleicht macht unser krokodil mit wirst du unser haus in ruhe kann mir sogar die pfeile währenddessen wieder auslösser cool hat er mir aber richtig angegeben mutanten rüstung welch mal anziehen irgendwo liegt ein pfeil da ist mein pfeil wird auslösen so sollten uns auf jeden fall hast du noch stärker ich habe mir irgendwas einge aufgenommen was ich nicht mehr nehmen kann was denn glaubst samen oder sowas was dir wo liegen die das hier siehst du das was ich hier fallen das ne sehe ich nicht leider nein das ist das zeug hier diese roten hier diese pflanzen die hier ähm ringelblume kann zum herstellen von anderen objekten benutzt werden kannst du nur 10 stück von tragen gesundheitsmischung ja kannst dir den tee draus kochen und so ne faxen cool ja ich hab einen mutanten angezogen ich auch besser ist hab ich den ne hab ich noch gar nicht ausrüsten jetzt habe ich ihn angezogen ich hab diese ringelblume gegessen ah jetzt habe ich ihn angezogen so er kann sich auch glaube ich teilweise mit heilen und so muss ich den zerhacken um das Feuer zu legen den kannst du nicht ins Feuer legen sind zerhacken oder ne geht gar nicht ähm ich mach mal eben Zerstörung von Gebäuden an damit ich diesen Wagen hier mal kaputt kriege wenn der überhaupt kaputt geht ich glaube der ist so verpackt der geht gar nicht kaputt ok und wenn ich unter denen Lagerfeuer mach passiert nichts kann ich den überhaupt brennen ne ich glaube die brennen gar nicht das dinge vor allem wenn du da jetzt du kriegst das glaube ich auch nicht angezündet wenn du wenn der da drüber liegt ich brauche zwei Stöckchen habe ich nicht ich habe keine Stöckchen doch habe ich warte habe ich nicht keine Stöcker der Baum ich gehe aber nochmal Stöcker sammeln irgendwo hier das ist ja verschwunden ja irgendwann die spawnen die oh ja oh ja zu gedenken an oh Bambi ich habe einen Bambi gefunden ist das toll lebt es auch noch? jetzt nicht mehr weiß nicht wieso das ist einfach umgefallen ja heiteren Himmel oh hier unten sind mehrere Bambis ich habe schon hier hinten gehört das ist nicht so schön ey ich habe einen Blaubeerstau kaputt gemacht naja wo drei Richtung Haus ich komme und ich und ich drei vier 9 also am sichersten Bambis und ich bin Alter. Die haben unser Haus halbwegs zerlegt. Ich denke die können nichts. Ja doch, weil ich es gerade ja angemacht hatte wegen den einen Schlitten, die ich kaputt machen wollte. So, ich habe schon mal zwei zerlegt. Und du so? Bin dabei. Nach einem Sohn wird noch keine Kaput. Der ist direkt ins Fall gefallen. Der Nächste bitte. Hm, kommt. Hast du mich geschlagen, du Wurm? Hä? Alter, ich habe hier keine Ausdauer mehr. Weiter. Kannst du mir mal eben kurz helfen hier? Der haut mich gleich kaputt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt. So, wo, so, wo, so, da. Immer schön ausweichen. Das kriegt er aber. Wieso trifft er mich die ganze Zeit? Verdammte Scheiße. Der Typ ist nicht mehr normal. Hab ihn. Alter, da stehen schon die Nächsten. Ja, das ist so. Und ein Krokodil kommt mir hinterhergelaufen. War ja klar. Das Krokodil kratzt auch die anderen an. Ja, die kommen gerade. Wenn du die Treppen hochkommst, ne, dann fresse ich einen Besen. Die Schnecken, lass mal. Hast du es gut gemacht? Nee. Reparaturwerkzeug. Hast du dir schon ein Reparaturwerkzeug? Nee. Nein. 10 Baum hat, zwei Tücher, ein Stein, zwei Stöcker. Zwei Stöcker, ein Stein, zwei Tücher. Ich hab, glaub ich, kein Baumharz mehr. So. Zwei Stöcker, ein Stein. Warte, ich pack nochmal alles weg. Das ist mir gerade. Zwei Stöcker, ein Stein. Ach ja, ich hätte das Baumharz noch dazu packen müssen. Ich geh mal eben gucken, ob ich unser Haus reparieren kann. Nee, das ist das Krokodil da unten in der Ecke. Hopp. Aua. Wie ist das Krokodil da unten? Ja. Jetzt mach ich dich kaputt, Alter. Eieieiei. Bin kurz vorm Abnippeln. Aber ganz, 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 ganz kurz davor, Alter. Das ist aber knapp. Ich seh schon alles grau. Alter. Zutritt und da ist ne Haschab, oder? Ja, haben wir alles hier. Ich setz mich erstmal. Uh. Komplett gar keine Rüstung mehr. Nix. Ich seh so besonders viel. Ähm, Aspirin. Essen. Dann ess ich auch mal eben was. Wo war das Feuerzeug? Hier. Naja, und Essen muss ich auch wieder aufhängen. Ich hab noch vier Stück im Inventar. Wollen wir pennen gehen? Dann ist es wieder hell. Ja, das können wir tatsächlich machen. Ich bringe nur noch mal schnell mein Essen auf. Ich schau nach draußen. Trinken lohnt sich jetzt nicht. Hast du eh gleich wieder durch. Nein, nein, ich hab nur geschaut, ob was drin ist. Ach so. Wo ist meine Koje? Wir müssen noch einen Moment warten. Jetzt können wir schlafen. Okay. Warst du noch nicht müde? Genau, weil es hat einen Rhythmus, die ganze Nummer. Bin ich vor dem Blitz erschrocken. Ich habe auch das Öfteren schon. Durchs Headset? Wahnsinn. So, ich will mal gucken, wie geht unser Haus wieder heile. Reparaturwerkzeug. Wie hast du das gebaut? Ähm, hier liegt übrigens noch ein Typ. Ja, warte, den hole ich hoch. Ähm, aus dem Stock und, äh, zwei Stöcker, ein Stein. Ach was. Korrekt. Das ist ja easy. Bin ich sonst noch irgendwas kaputt gemacht hier? Ne, das war's. Sehr schön. Gut. Hey, wir brauchen halt immer noch Unmengen an Stöcker, ne? Das wird schon. Hast du noch welche? Ich würde mich gerne mal so ein Felllager hier fertig machen, um die Wildschwein-Dinger abzulegen und so. Wir können es so machen, ich tue jetzt schnell was essen und dann gehe ich noch auf Stocksuche. Also, ich komme mit direkt dann. Weil dann mal eben die Steine hier rein, die wir hier schon liegen haben. Ähm. Ich habe noch Fleisch irgendwo. Ich kann, kann man, ich nehme so einen Wagen auch noch mit. Da können wir auch nochmal Stocker reintun. Ähm, magst du mir auch mal was zu essen mitbringen? Obwohl, ich muss eh was, oh ne, ich trinken kann ich auch so. Also, ich habe ja mal einen Beutel. Aber wenn du... Und Mist kalt. Ich muss mich aufwärmen gehen. Okay. Ich... Mach es hier mal verdorbenes Fleisch. Ich habe bei uns ein verdorbenes Fleisch gefunden. Ja. So, unsere Lampen hier oben sind schon mal erstmal alle fertig. Ein bisschen Opferung für uns... Äh. Nachtkönnser. Verdorbenes Fleisch. Haha. Wie gemein bin ich denn? Also, gegessen habe ich. Wir müssen sowieso... Ich habe nur noch 67 Stoff. Sehe ich auch gerade. Gedrucken habe ich. Weil die Büsche...